Leute was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Wir haben hier schon mal vorgesammelt, wir mussten die alte Aufnahme leider löschen, weil ich aus Versehen die Laut gestellt habe. Ah, hörst du mal auf mich zu schlagen? Sorry. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Analmeister, komm her. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Du Analmeister, wo wir jetzt unser Haus bauen? Äh, komm mal Mäd, ich zeig dir wo. Ich kenn hier ein stilles Örtchen. Das ist irgendwie ein bisschen ruckeln, weil wir mehr Spieler-Server sind. Bei uns jetzt nicht, aber weil wir mehr Spieler-Server sind, könnte das jetzt YouTube ruckeln. Und jetzt kann man auch nur ein Stamm. Das tut uns leid, wirklich. Stimmt's, Philipp? Ja. Wollen wir ein Baumhaus bauen? Nein. Och Mann! Ich baue jetzt einfach mal ein Preset. So. Fang mich! Hä? Was? Ist er gestorben. Von so einer Höhe stört man gar nicht. Normalerweise nicht, aber im Mehrspielermodus schon. Hm. Wie geht's lang? Keine Ahnung. Lass dir aber mein Holz in Ruhe. In dieser Schuhe. Hier, siehst du mich auf diesem, auf diesem Stamm? Ja, wo soll ich wissen, wo das Stamm ist? Ah, Philipp, hier, ich seh dich. Hallo. Er ist in deinem Namen, ich komm. Das nächste Mal nenne ich mich Gregor. Dann denkst du, das ist jemand anderes. Alter, du sammelst gleich meine Sachen ein. Geh da weg. Jetzt such doch meine Sachen, wie so ein Bekloppter. Max, pfui. Okay, sorry. Pfui. 28 Holz nur? Scheiße, ich hab sie in meinem Stack. Nee, sorry. Egal. Hab sie in meinem Stack. Ich bin doch der Baumeister des Hauses, oder nicht? Egal. Wo wir jetzt einfach beide. Wir können doch ein bisschen Holz fahren. Ich werd, warte mal kurz, ich werd den Seed weg. Den brauchen wir nicht. Warte, bleib mal stehen. Ja, warum? Ich hab schon mal ne Werkbank. Lass unser Lager hier schon mal einrichten. Hier siehst du schön aus. Ja, aber ein bisschen klein vom Haus. Warte, lass erst mal nach ner großen Fläche gehen. Hier wollen wir hier auf den Baum. Nee, guck mal hier. Hier können wir auf den Baum. Weil hier gibt's diese Dinger da. Wenn ich Leiter runtergebe, bekomme ich Schaden. Das ist immer so. Nein, diesmal bestimmt nicht. Doch, ich. Immer der... Versuch's mal. Guck, pass auf, warte. 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 Warte, guck mal auf. Siehst du? Und die Sterbein lässt natürlich. Wir müssen den Block wegschlagen. Schlag den Block hier weg. Nein, ich bin tot. Egal, die wieder runter ist. Nein, da sterb ich hier. Sag dich doch, ich sterbe dann. Jolk Mensch. Macht keinen Spaß. Ich sterb nur die... Warum ist bei den Lachen bei mir nicht? Ach doch jetzt. Es wird dunkel. Das ist so lol einfach. Na toll. Wir müssen uns wieder finden. Ja, ist halt zu gay. Nein, da war's nicht. Immerhin weißt du, in welche Richtung es geht, oder? Ja. Okay, dann bleib ich mal bei dem Baum da. Hm, du musst mal eine Sachen einsammeln. Aber Philipp, wo bist du? Ich komme her, Bert. Ich bin schon an unserem Stamm. Die Holz sind weg. Ich seh' dich. Ich seh' deinen Arm. Oh, mein fehlt dein Holz nicht. Ich seh' dich. Ich hab' den Holz gefunden. Aber das ist nur noch 24. What's going on, man? In deinem Achschloch. Naja, nicht verliesslich. Weil ich nicht so neben dir tünnen. Du standest in mir, deswegen hab' ich dich nicht gesehen. Mann, ich bin ein bisschen Holz, Holz, Holz. Okay, okay, okay. Egal, komm, lass' jetzt erst mal irgendwo hingehen, zum Übermachten. Ich schalte mal schnell die Monster an. Ja, das ist langweilig. Erst mal Monster schalten. Komm mal mit. Dann komm mir gleich deine Konkurrenz. Wo bist du? Stop, man. Bobby. Oh, Junge, mach' mich zu schlagen. Du machst mir doppelt so... Du machst mir doppelt so viel damage wie ich dir. Weiß nicht. Mal lang, mal gucken, wie lang geht die auch langer. Oh Mann, hab' ich wieder so'n schrottigen Suizid. Weizenkörner, kein Look auf Weizenkörner. Ich mag Weizenkörner nicht. Lass' ich spinnen rennen. Ich bin ein Creeper, ich kann nicht kredieren. Hallo, Spider ist uns auf den Fersen. Hey, hey, Spider, Spider. Das ist ein Skeleton. Du erledigst das Skeleton, ich die Spider. Bist du behindert? Oh, der Skeleton ist da, es schießt auf mich. Ich bekomme doppelt so viel Schaden, ne? Das weißt du schon. Ja, ich bin da. Wo ist der Skeleton? Da oben. Guck mal mit. Oh, ich hab' einen Spinnennetz. Warte, der Skeleton müsste hier... Oh, da! Wo? Mach' du bestimmt da? Tippe! Hilf mir! Oh, hier ist noch ein Skelett, ja. Wie viele Skelett? Nein, hilf mir! Scheiße! Ja, wir haben's. Bist du tot? Oh, Alter. Ich hab' ne Idee. Ich bring' mich in Sicherheit. Platzier' die Workbench! Ja. Du Arsch! Hier, platzier' die Workbench. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Braucht' ne Schutzmauer. Ich muss regenerieren. Nein, ich bin gestorben. Scheiße, das Skelett läuft immer noch amok. Voll das Amokläufer-Skelett. Aber ich glaube, ich finde dich nicht mehr. Oh, Zombie! Wenn du stirbst, sind wir jetzt komplett am Arsch. Ich bekomme immer... Ich bekomme bei einem Schlag zwei Herzen Abzug. Das ist voll der... Ich ahne. ...voll der Fake hier. Oh, jetzt hab' ich'n Rocken. Oh, jetzt hab' ich'n Rocken. Was kann das denn steht denn noch? Yolo, Yolo, Yolo! Nimm meine Sachen! Ich hab' zwei Holzschwerter für uns. Ah, das ist... Nein! 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 Egal, komm, jetzt bist du wieder bei mir. Ach, lass' einen anderen Platz suchen, hier am Spawn Point. Ja, okay. Dann finden wir uns... Warte, ich weiß hier. Hier. Hier ist doch groß Fläche. Warte... Ich fress' mal kurz ne Roten. Guck mal, hier ist so eine Fläche. Warum nicht wirklich direkt? Nein, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ha! Mist! Ich sterbe. In 10 Euro. Du Milch. Nein, manchmal ist nicht in 10 Euro. Da ist ein Spider. Leider. Scheiße, ich hab' irgendwie... Egal. Du Milch. Nur ein halbes Herz. Seh' ich immer noch voll vergiftet aus. Du weißt, wo du hin musst, ne? Ja. Du weißt, du musst bei mir bleiben, ne? Ich weiß, ich will nur über die Sachen, die der Creeper droppt. Siehst du? Hi, ich bin Bob. Wo ist der andere Creeper? Mit deinem Arsch. Nein. Du hast doch Holzschweizer, gell? Nein. Ich bin gestorben. Mach dich mal bereit. Ich bin tot. Nö. Es sind zwei Spinnen, ein Creeper und ein Zombie. Help me, Alter. Monsterspielen ist kompliziert. Ja. Wo! Wollen wir den Creeper ausmachen? die auch du hast Spinnen die 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 aufpassen immer nach oben ja ich hab ich habe zwei Fäden bekommen also die springt immer ein so behindert an da stirbt man von ich renne gerade auf dem Feld rummessen nicht nicht die andere Richtung Lenk die bitte mal kurz ab oh oder Lenk mal alle ab oh Skeletzinn ist hier nein bei mir hinter mir ich muss in den Wald rein da ist noch ein Skeletten pass auf oh fuck nein noch ein halbes Herz hab ich ich hab kein Herz mehr shit ich muss wegrennen oh Zombie ich sterb nicht ich muss hier weg ich muss hier weg ja ich auch ich auch ich auch Hilfe 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 wir brauchen Schwerter ich lauf im Zickzack und ich geh ins Wasser ich hol mein Holz shit da liegt das oh fuck da steht immer noch das Skelett okay egal komm zurück was ich denn überall Skeletten dann geh ins Wasser und komm auf die Insel hier wow Action in der ersten Folge oh da hab ich jetzt Zucker fallen lassen toll egal komm einfach zur Insel da ist ähm da haben wir zu viel Gras für Weed für Weed wo bist du auf der Insel da geh nochmal auf der Insel da da steh ich auf der Insel auf der Insel auf der Insel